Mein Name ist Marco und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress den HIOC C70 vorstellen. Mit dem C70 bringt HIOC einen weiteren sehr sehr alltagstauglichen Helm. Einen absoluten Allrounder. Hier die Variante in Schwarz-Weiß. Generell gibt es diesen Helm jedoch in vier Dekorvarianten. Dementsprechend eben für jedes Motorrad, für jede Kombi ein passendes Pendant. So, wir haben hier eine Außenschale aus Polycarbonat, dementsprechend sehr robust, langlebig und der ganze Helm verfügt über eine sehr gute Schlagabsorption im Falle eines Unfalls. Besonders macht den Helm das ACS, nämlich das Lüftungssystem. Wir haben hier oben auf dem Kopf einen Breitlufteinlass, den wir in zwei Stufen steuern können. Also zu, halboffen, ganz offen. Gleiches gilt hier unten. Wir haben nur eine Stufe, aber auf und zu. Und dann haben wir entsprechend auch hier hinten, zeige ich euch das, hier drunter, die Entlüftung. Das heißt also, dass Atemluft oder generell warme Luft sehr schnell, sehr gut, sehr effizient abgeleitet wird. Dementsprechend also frische Luft rein, alte Luft raus. Also genauso wie man sich das vorstellt, gerade wenn es extrem warm ist. Das Pinlock Visier allerdings führt dazu, dass ihr auch diesen Helm sehr gut verwenden könnt, wenn es mal nicht so warm ist, wenn es kalt ist, feucht ist draußen. Er beschlägt euch also nicht. Wir machen das einmal auf. Also man muss es erst zusammendrücken unten, diese Mechanik, um das eben zu entriegeln. Dementsprechend kann dieses Visier auch nicht einfach so aufgehen, was sehr, sehr gut ist, was auch bei den Helmen aus dem Rennsport immer sehr beliebt ist und auch für den Renneinsatz notwendig ist. Generell Besonderheit, ich schiebe mal das Sonnenwesen hier nochmal hoch, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wie ihr es hier daran seht, glaube ich, mach es mal runter zur Verdeutlichung. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Sichtausschnitt. Das heißt also, man hat einen sehr guten, sehr breiten Blick auf die ganze Straße, kann die Verhältnisse im Straßenverkehr sehr gut einschätzen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, sehr gelungen. Wir haben hier nicht an der Seite, sondern oben auf dem Kopf den Schieber. Ich mach das einmal runter. Es geht butterweich wirklich. Und wir machen das wieder zu. Wie gesagt, das ganze Belüftungssystem, was neu entworfen und effizient ist, sowie das breite Blickfeld, sind einfach Besonderheiten dieses Helms, die ihn einfach zu einem super alltagstauglichen Helm und einfach einen Begleiter in jeder Lebenslage hätte ich was gesagt machen. Hier haben wir den Windabweiser, der den Helm auch nochmal geräuscharm macht und eben das ganze Belüftungssystem unterstützt und entsprechend nur dort die Luft reinlässt, wo ihr es auch haben wollt. Mikrometrikratischen Verschluss und das super cool Innenfutter lässt sich herausnehmen und waschen. Vorbereitung für Bluetooth haben wir ebenfalls. Das heißt also, das HJC eigene Bluetooth zur Kommunikation mit anderen Helmen könnt ihr direkt nachrüsten, also einbauen. Und ihr könnt zudem selbstverständlich über jedem anderen Helm auch an der Seite die externen CINA etc. Bluetooth Freisprachenrichtung nachrüsten. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Helm, falls ihr euch dafür entscheidet. Wenn nicht, schaut euch gerne mal auf dem Helmexpress-Kanal um. Dort findet ihr noch weitere Produktbeschreibungen. Ansonsten alles Mögliche auf unserer Homepage. Und dann wünsche ich euch in den guten und vor allen Dingen unfallfreien Motorrad-Saison. Bleibt oben, passt auf euch auf, denn dann können wir uns auch ganz schnell zur nächsten Produktvorstellung auf diesem Kanal wiedersehen. Bis dahin. Ciao.